Baby? Ja? Ich finde, wir sollten langsam in unserer Beziehung den nächsten Schritt wagen. Oh mein Gott, wirklich? Ja, ich hab mir schon gedacht, dass du dich wahrscheinlich drüber freuen wirst. Ja, ich denke, dass uns das nochmal auf eine ganz andere Art verbindet. Auf jeden Fall. Lass das super gerne auch sehr zeitnah angehen. Nice. Hast du schon Favoriten, wer so dabei sein soll? Achso, du meinst, wer an meiner Seite stehen wird? Äh, ja, genau. Naja, wahrscheinlich Leonhard als mein langjähriger bester Freund. Und so. Echt? Ist das da nicht irgendwie ein bisschen komisch für dich? Nö, das machen, glaube ich, die meisten so. Ja, krass. Hast du irgendwie ein Traumat oder irgendwas, wovon du als Kind schon immer geträumt hast? Als Kind doch nicht. Aber von mir aus, keine Ahnung, hier? Gerne. Nein, das müssen wir größer aufziehen. Ich hab eher an sowas gedacht wie ein Schloss oder so. Wirklich? Oh mein Gott, du bist ja verrückt. Natürlich. Wir laden Gäste ein, ein Orchester. Es wird gigantisch. Wir reden aber schon auch von einem Dreier, oder? Nein, von Hochzeit. Oh mein Gott, wenn man das Video jetzt nochmal guckt, kriegt es eine ganz andere Bedeutung.